Mir ist klar geworden, auch auf dieser Reise, dass diese 24 Lieder in ihrer radikalen Geschlossenheit eigentlich ein Bild sind von einer Welt, der man gar nicht entrinnen kann, außer durch eine Art vielleicht Entmaterialisierung oder ein Gehen in ein Jenseits oder so etwas. Und je mehr wir das machen, wir stehen ja glaube ich jetzt vor der fünften Winterreise, desto mehr gelange ich auch in diesen Song hinein, wir werden auch vollkommen frei im Spiel und man beschäftigt sich doch mit Fragen, die so an letzte Dinge rühren. Die Grenze zum Mongolei erreichen wir auf abenteuerlichen Nebenwegen im Bus. Hier endet die sibirische Taiga und eine andere Welt beginnt. Weites Land, mit nomadischen Bewohnern, schamanischen Steinzeichen und buddhistischen Lama-Tempeln. In Ulaanbaatar wird das letzte Konzert der Reise stattfinden. Und wir wollen in die Einsamkeit dieser Hochebene eintauchen, bis zu den Rändern der Wüste Gobi. Und wir wollen in die Einsamkeit, bis zu den Rändern der Wüste Gobi. Und wir wollen in die Einsamkeit, bis zu den Rändern der Wüste Gobi. Und wir wollen in die Einsamkeit, bis zu den Rändern der Wüste Gobi. Und wir wollen in die Einsamkeit, bis zu den Rändern der Wüste Gobi. Und wir wollen in die Einsamkeit, bis zu den Rändern der Wüste Gobi. Und wir wollen in die Einsamkeit, bis zu den Rändern der Wüste Gobi. Nein, ich träumte von grünen Wiesen, von lustigen Vogeln gestragen, von lustigen Vogeln gestragen. Und als die Helligkeit, da ward mein Augen gesacht, da war es kalt und finster, es verriehen die Rabe vom Dach. Da war es kalt und finster, es verriehen die Rabe vom Dach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 A-Lag-Nut-Ni-Sor-Hus-Shik-Di-Ve, A-Lag-Tal-Degur-Shuvud-Putzla, A-M-Rag-Ming-Chin-Ming-Dogat-Tuvale, Use example to do... Especially the instruments- Beautiful melody. It's pentatonic in one sense, but it's very special. It's changing. Es ist ein bisschen, ich denke, es ist ein bisschen schwierig, es ist ein bisschen schwierig, es ist ein bisschen schwierig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020